Und wir beginnen die Sendung mit einer Eilmeldung, die uns gerade eben erreicht hat. Und die ist wichtig für den Krieg in der Ukraine, aber auch für Russland. Denn die Ukraine garantiert den Verzicht auf den Einsatz westlicher Waffen in Russland. Das bestätigte soeben der ukrainische Außenminister Kuleba. Das ist natürlich ganz wichtig, auch für mögliche Lieferungen von Waffen und Waffensystemen aus Deutschland in die Ukraine. Mehr dazu später im Verlauf dieser Sendung.